Parashvavishamapada Upavishasana ist die Hockhaltung mit seitlicher Beuge und mit ungleich hohen Füßen. Du hast einen Fuß mit Ferse am Boden, der andere Fuß ist in prapada, also in der Zehenspitzenstellung, und dabei beugst du dich zur Seite und entwickelst so die Seitbeuge, ähnlich wie in Trikonasana. Ich hoffe, Sie schreien.